Das, äh, hatte ich nicht erwartet. Gortasis, ich dachte, ich hätte dich verloren. Wo ist dein Schiff? Die Felsen bei der Insel waren trügerisch. Oh, ich bin mir seiner Seemannskünste durchaus bewusst. Eine Ziege könnte dort segeln. Ach, mal lacker. Was zählt ist, dass du am Leben bist, Bruder? Er ist dein Bruder? Es wäre leichter, wenn er es nicht wäre. Was ist mit der Mannschaft? Die Hunde wollten meutern. Wenn der Söldner nicht gewesen wäre... Dann wäre er tot. Dann wirst du belohnt, Söldner. Gortasis versprach eine Belohnung. Eine großzügige, wenn ich mich recht entsinne. Dann bezahl ihn. Ich? Aber du bist die mit... Na schön. Komm mit mir, dummer Bruder. Hab Dank, Alexios. Familie ist Familie. Ich danke dir für sein Leben. Der große Nichtspartiat kehrt heim. Noch habe ich die Drachmen nicht. Aber ich komme zurück, sobald ich sie habe. Keine Eile. Wenn du Arbeit brauchst, frag meine Leute in der Stadt. Die können sicher einen fähigen Söldner gut gebrauchen. Hmm. Spannende Musik. Applaus! Komm schon! Komm schon! Komm schon! Was kann ich für dich tun? Komm jederzeit wieder! Komm schon! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020